Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play Together mit mir, Alex, Vendetta und Schleswig LP. Okay, wir haben uns zurückgekämpft zu den hässlichen Zweien, es waren drei glaube ich sogar, ich bin nicht irre. Okay, der hier steht gerade um, den kann ich gerade packen, Alter, komm wieder runter, komm runter. Lauf nicht, oh, wo waren die denn hin, die Spackos? Komm her, du dreckiger. Oh, da hat mich das Auto umgefahren, das eckige Hurenauto, man, ich hoffe du verreckst, dann kräbst du oder sowas. Vielen Dank, okay, ich renne rein und... Dank! Okay, einer ist weg. Ich komme und mache Friedrichs. Boom. Hier, kannst du ihn dir packen. Hier, oder komm, zieh dir rein, Alter, zieh sie rein, renn rein und spring durchs Tor. Hab ich gemacht, fetter Dank. Oh, warte. Oh, und, 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 er trippelt! Oh, oh, schlecht. Oh. Geht so, Gartenflut. Mir hat, mir hat jemand ein Bein gestellt. Meinst du, so war es? Ja, so war es. Nee, du konntest mit dem Druck nicht umgehen. Es ist, ja, es ist wie der HSV. Oh, 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 sagt man nicht. Aber da kommt schon wieder so ein Hässlicher. Es ist ein Hässlicher. Der hat Ähnlichkeit mit Bayern. Der, der, der hier, ne? Ja, aber absolut. Warum kann ich ihn nicht verzaubern? Verzaubern? Ja, ich will verzaubern, Mann. Ich will, ich will eigentlich Eis, aber irgendwie macht er bei mir mal Feuer. Nochmal nach, äh, rechts dritten. Nach links, sorry. Hab ich, hab ich Feuer. Oh, ey, der hat, der hat einen Schlag drauf wie einen Charger, äh. Warum geht denn das nicht? Ich kann nur voll, ah, jetzt, jetzt, jetzt geht's wieder, komischerweise. Ey, manchmal spinnt das Spiel. Kannst du mir erzählen, was du willst? Es, es lebt davon. Willst du dir Watch Dogs holen? Ähm, ich überlege, ja. Ich, ich hab da schon Bock drauf. Ich finde es schade, dass es keinen richtigen, irgendwie, so, Multiplayer so hat. Es ist doch nur Multiplayer im Endeffekt, oder nicht? So, wie ich's verstanden hab. Nee. Doch, du kannst doch jederzeit, du kannst doch jederzeit bei einem anderen das Spiel manipulieren. Ja, aber, äh. Stirb, Penner! Stirb, du Kabautermann! David, der Kabauter ist fast 100 Jahre alt. Er lebt in einem Zwergendorf, versteckt... Persäurer, Persäurer! Wo ist er denn? Weißt du, jetzt bringe ich was Musikalisches, passt dir auch wieder nicht. Das war nicht so gut. Was, kennst du nicht David, der Kabauter? Von dir war, fand ich das nicht gut und nein, kenn ich nicht. Du kennst David, der Kabauter nicht? Nein! Meine Fresse! Also, David, der Kabauter muss man kennen. Ohne Scheiß, das muss man einfach kennen. Das ist Kindheit für mich, Mann. Ja, für dich, aber, ne? Wir sind Generationen auseinander, man von uns. Ja, da warst du noch flüssig, da lief das. Läuft bei dir, ne? Joa. Buff? 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 Okay, was geht? Okay, jetzt lernen wir das Neue. Ich glaub, das war jetzt an den Wänden irgendwas kaputt machen können, so in der Luft. So, was cooles Neu-Power hast du für mich, Kenzie? Feuer, besonders flammende Böcke. Wow. Ähm. Oh Gott, warum haben sie diese Dinge in der realen Welt? Und es ist nicht nur Böcke. Versuch, einfach zu den Menschen. Was, was hat er gesagt? Ich setze Menschen auf Feuer, nur indem sie ihre persönliche Raum invadieren. Kenzie, du bist großartig. Hab Spaß! Warte mal, was? Die kriegen jetzt alle Feuerschaden? Feuer, fahr aus! Ach, einfach durchlaufen! Brennt alle in der Hölle! Oh, er hier wieder. Dubstep, Feuer, Gun! Batsch! Guck mal, da ist die Party heiß geworden. Guck, und so einfach war das. Voll easy. Es ist immer so, dass es kurz vor Ende irgendwie abschmiert dann. Ja. Wenn sich das irgendwie denkt, so, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Genug gespielt für heute? Ja, das reicht jetzt. Nach jeder Stunde soll man 15 Minuten Pause machen. Ja, aber das ist schlimm bei Anno, wenn man diese Nachrichten bekommt. Es wird langsam Zeitwein, ne? Pause. Äh, das war aber beim neuen Anno nur, ne? Also früher gab's das nicht. Nee, der konnte nicht spielen, wie sie wollten. Ja. Da warst du richtiger Anoholik. Anoholiker? Wer geht nur mit der Vergangenheit? Anoholiker. Vergangenheit. Los, los, mach mir nochmal die Dabstep-Mucke. Okay, okay. Dabstep-Mucke. Er macht jetzt Freestyle. Er macht jetzt Freestyle. Alexander da, meine Damen und Herren. Yeah, 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 yeah. Der neue Schatzstürmer nach Christina Stürmer. Und da ist der goldene Schnatzstürmer. Oh. Na, kannst du uns schlechten Witzen mitteilen? Das ist heute die schlechte Witze-Folge. Ich, ich bläh nicht ohne dich. Oh, ich liege. Ich lass dich nie im Stich. Weiter ran da. Oh, wo will der Schnatz hin? Der Schnatz verschnatzt mich. Oh, der hat dich richtig verschnatzt. Und da kommt Jan Potter. Jan Potter hat den Schnatz gefangen. Oh, nein. Ein weiterer Punkt für Gryffindor. Bist du nicht Slytherin? Ich hab dich für das Spiel geliebt. Nee, ich bin Gryffindor. Nein, du bist Slytherin. Nee, ich bin Gryffindor. Du bist Slytherin. Ich trag eine Brille. Ich hab den Anspruch auf Half-Batter. Ist das wirklich so? Ja, ist so. Ja? Ne Mission, oder was hältst du von? Warte, ich guck gerade mal, was ich noch upgraden kann. Das find ich gut, das nehm ich auch. So, hier, Hacker, Frontier, Fire. Das mach ich jetzt mal schnell. Ähm, kennst du, ich weiß nicht, ob du das kennst. Was? Harry Potter, die Filme hast du geguckt, ne? Alle. Spiele, dazu kennst du doch, ne? Ja, nicht so. Dreckspiele, da. Aber was ich geil fand, war Harry Potter Quidditch Weltmeisterschaft. Ich fand das so gut. Echt? Kann man spielen? Gibt's das auf PC? Kann man spielen. Äh, nee. Aber vielleicht Emulator, ja? Aber war doch auf Playstation, oder was? Playstation 2, ja? Ja, ja, ja. Und Emulator für Playstation 2 gibt es ja. Ja, aber läuft nicht so gut, ne? Geht, ne? So, ich mach grad noch meine ganzen Kräfte hier ein bisschen besser. Weil du kräftig bist. Ja, so kräftig. So. Gehen wir mal kurz hier in den Waffenladen. Ich verstehe nicht, bei Elemente Feuer, Eis. Vielleicht kommt noch was dazu? Meinst du? Na, vielleicht. Oh, und den Sniper hab ich. Okay. Dann nehm ich die mal. Ich hab so viel, was ich gerade auftunen kann, ey. Das gibt's gar nicht. Hier gibt's ne Minecraft, Naipa. Hör auf. Alter, gefangene Minecraft. Komm hier, bloß her. Ja, ja, sofort. So, was geht hier? Was geht hier? Was geht hier? Was zur Hölle? Das ist die... Okay. Nein, ich brauche fünf Datensammlungen. Oh, Alex, mach mal keine Scheiße hier. Du brauchst keine fünf Datensammlungen. Wäre ich nicht für Sprengmoni. Ja, Baby. Magazingröße, ja. Hä, warum kann ich die das nicht annehmen? Ja. Ja. Äh, was denn? Ich kann nicht, ich kann nicht in deine Mission rein. Ich drücke immer... Ich bin noch... Select. Ja, du rennst doch irgendwo hin, oder nicht? Ne, ich bin gerade in einem Laden. Na, vielleicht ist das das Problem. Ähm, ich muss aber auch nochmal Waffen laden. Dann bist du gerade, ne? Ja. Ich hab hier gerade mal meine Sachen ein bisschen aufgebessert. Ich hab kaum Geld noch übrig. Da ist schon wieder ein goldener Schnatz. Jan Potter. Jan Potter. Heck, ihr Jim Ross im Erdings. Wo ist das? Ich renne da einfach mal hin. Auf jeden Fall musst du die Sniper auswählen. Und dann anpassen, dann hast du, ähm, ganz unten ist da so eine, ähm, Minecraft-Sniper. Ja, warte, ich muss erst mal... Und es gibt auch Minecraft-Klamotten hier. Bargeld holen. Wollte ich dir nur noch sagen. Minecraft... Ja, ich halte ja von Minecraft nicht viel. Ich finde das ja nicht so toll. Ne, ne. Das ist... Ist nicht meins, muss ich sagen. Also... Ja. Kann ich nicht so viel mit damit machen. Steht schon. Ne. Du warst doch der, der das nicht Let's Played hat, ne? Ne, 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 ne. Ne, ne, genau. Das war dein bisher Zwilling, ne, mit dem Bart. Hä, warum kann ich denn Munition kaufen, Waffen kaufen, so. Wo ist denn Sniper? Ähm, bei der Dubstep. Ich weiß nicht, was du da hast. Oh, deine Verbindung zum Horst wurde unterbrochen. Och, nee. Für mich steht gar nichts. Bei mir. Och, Horst. Oh, Horst. Warte mal. Möchtest du... Ja, pass auf. Ich speicher, du lädst mich einfach ein. Das machen wir einfach so in ein, zwei... Vielleicht geht das. Ey, mit dem Rätsel komme ich hier gar nicht klar, ey. So, lad mich ein, lad mich ein, lad mich ein. Äh, warte. Deswegen konnte ich auch nicht an der Mission teilnehmen. So, jetzt seht ihr mal, wie das hier läuft. So läuft das nämlich. Hier seht ihr, was... Was wir für euch aufnehmen. Äh, in Kauf nehmen, meinte ich. In Kauf aufnehmen. Kaufrausch. Jo, geht wieder. Jo, das passiert halt. Ich weiß auch nicht. Was machst du hier? Ich versuche hier gerade zu hacken. Achso, hast du schon. Oh, ich hätte es beinahe gehabt. Ich hab's. Ja, ja, ich hätte ihn auch fast oben rum, ne? Hoch. Was macht man hier? Ja, was geht denn jetzt? Äh. Warum, warum soll ich mein Auto rausholen? Brauchst du nicht. Das sollte ich einfach nur hacken. Von der Mission her. Einfach schlecht, was ich gerade abgezogen habe, ja. So, aber was ich jetzt gerade nicht verstehe, ist, ich brauche ein Waffenladen. Weil der ging ja gerade gar nicht. Warst du vorhin bei einem? Ja, aber es ging ja. Okay. Wird noch häufiger vorkommen? Was? Wird noch häufiger vorkommen. Du, früher hatten wir sowas nicht. Da sind wir froh gewesen, wenn wir eine Banane hatten, aber. An der haben wir dann lange, lange rumgespielt mit meiner Freundin. Äh. Das war Lucci Vendetta. Ja, Lucci Vendetta. Das ist der Lucci Vendetta. Oh yeah. Der Lucci Vendetta. Lass uns weitersehen, das ist schön. Kommt mit neuen Geschichten. Aus seiner Welt. Och, warum diese ganzen Polizei-Huren-Söhne? Fickt euch alle in den Arsch, ihr Wichser. Langsam ist auch gut hier. Bomb euch weg. Denn das ist Lucci Vendetta. In dem, in dem wisst ihr, ich fing an, ich fiste. Es sind Lucci Vendetta. Und Lucci Vendetta. Und Lucci Schleswig. Und zusammen lutschen sie. Yeah. Was? Nein, wir lutschen natürlich nicht. Wir sind keine Homosexuellen. Nein, 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 wir lassen lutschen. Der Alice ist verheiratet und hat ein Kind. Und äh, 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 ich hab ne Freundin. Also, nichts Falsches denken. Wir, wir lassen lutschen. Also, ihr wollt es denken. Wir sind für alles offen. Und ihr sollt sterben. Hä, der Laden ist gesperrt? Hacke ihn. Ja. Mika hacke ihn gar nicht. Wenn die mit dem Laser weiter auf meine Fresse schießen, dann sehe ich aus wie Miki Lauda. Weil jeder weiß, Acer verbrennen. Äh, der kann echt heiß werden. Das sind Lucci Vendetta. Das sollte unser Intro werden. Ja. Finde ich auch. Finde ich gut. Musst du mal aufnehmen. Und du singst doch gerne. Wo, manchmal. Wo finde ich denn das Scharfschützengewehr? Wo ist das? Ähm, oben. Warte. Das sieht ja fast aus wie Uhr. Ja, ja, ich hab's. Bei elf. Ja. Oh nein, oh nein. Ich verliere Energy. Wir sind Roboter in den Laden gekommen. Give me your Energy right now. Over 9000. Oh Gott. Äh, ja. Ich auch. Weil die ist gut. Die kamen gerade in den Laden. Hey, ist das das erste Mal, dass ich so richtig gestorben bin, ohne dass wir uns gegenseitig geholfen haben? Ja. Das sind Lucci Vendetta und Lucci Schleswig. Nee, das müssen wir noch anders. Lucci geht dann nicht. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut, weißt du? Lucci Vendetta und Blowjob Schleswig. Blowjob Schleswig klingt auch nicht so. Was? Blowjob Schleswig ist auch nicht so. Das ist viel zu lang. Das ist viel zu lang. Alter, die ist cool. Die Tarnblock, meinst du? Ja. Tarnblock Party. Witzig. Oh nein, ne? Doch. Das ist so schlecht, ey. Ich will jetzt aber auch mal Dubsteppen. Hast du ja auch die Dubstep-Gang gegönnt? Nee, die ist ja auf einmal in meinem Inventar. Das meinte ich doch. Lucci Vendetta. Und Rimm Job Schleswig. So, hab die Scheiße gehackt. So, letzte Scheiße da und dann ist auch alles gehackt. Munitioner, Klaufe. Okay, eigentlich hab ich den schon... Alles okay. Was hast du, Entschuldige? Den Laden gehegt. Der Wendetta musste gerade husten. Nein. Doch, doch, hat er gemacht. Hat er einfach so gemacht. Nein. Ich hab ihm auch gesagt, er soll's lassen, der Penner, ey. Alter, du ziehst hier wieder Sachen ab, ne? Da könnte ich kotzen vor Wut. Kotzen! Ich versteh das auch, ich versteh das. Echt wirklich, ich versteh das. Und die Mücke, ich könnte kotzen. Hast du ne Mücke? Ja, die Mücke geht mir auf den Sack, geht sie. Oh, hier, wollen wir auf Sheets gehen? Nee, Statistik. Wir spielen schon seit 9 Stunden 45, ist das interessant? Und seit 9 Stunden 29, Koop. Und wir haben 19 von 45 Aufträge abgeschlossen. Wir sind so geil einfach, ne? Ja, Koop absolviert 19 von 45, ausgeführte Aktivitäten 14 von 32. So, ich hab Gesundheits-Upgrade 3. Mhm, 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 mhm. Aha, aha, okay. Ist eine Trefferquote? Aha, aha. Wo steht das, verdammte Scheiße? Welche Statistiken? Äh, was kann ich dir gleich sagen? Gesprungene Distanz, Alter. Super Sprintdistanz. Mit Auto zurückgelegt ist lächerlich dagegen. Zerstörte Fahrzeuge, Aufträge, mhm. Ja, wo sind denn die liegen Statistiken? Ja, wir haben jetzt 5 Aufträge. Achso, das ist bei, ähm, Extras. Da kannst du auch Sheets eintippen und dann Statistik. Extras. Nur mal draufgegangen. Statistiken. Gesamtspielzeit 12 Stunden, 7 Minuten und 54. Ja, er hat mehr, er hat mehr. Coop gespielte Zeit, 9 Stunden 34 und 49. Aufträge abgeschlossen, 19 von 45. Abgeschlossen, Lorette, blblblblblblbl. Ja, ja, ja. Äh, ich bin aber ziemlich oft gestorben, glaub ich. Wo steht denn das? Auf welcher Seite? Oder 10? 10 mal. Trefferquote 40, 23 Prozent. Komma, ne? Ich hab 43,84. Ist einfach zu gut, äh. Ich sag's dir, voll die Trefferquote. So, wollen wir hier die Genki-Party machen, oder? Hauptmession, was möchtest du? Genki-Party! Genki-Party, okay. It's time for Genki! Genki! Oh, das kam gut, ne? Ja, Genki, Genki, Genki. Machen wir mal Genki-Man. Es entspricht sich der Genker. Und Alex der Schlenker. Und beide fahren sie Fahrrad ohne Lenker. Und Helm! Okay. Was ist da ein Auto, ein Fahrzeug, okay? Ja! Was kommen da oben? Ich hab das vom letzten Mal wieder weggemacht. Hast du ein Genki gehabt? Okay, weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Oh, weg damit. Ich hab den Genki-Kopf. Genki-Kopf fertig. Ich glaube, da muss noch ein Genki-Kopf. Ich brauche noch Menschen. Warum denn hier kein Mensch rum? Da rennt die Menschen rum. Okay. Auto. Mensch. Oh, der Mensch ist vorbeigeflogen. Auto hat mich fertig gemacht. Alter, was ist... Kann ich dich nicht mehr einfach da durchschmeißen? Hast du? Nee, der ist schon wieder falsch geflogen. Komm her. Jetzt. Okay, weiter. Genki-Party! Oh, ich hab den Genki-Kopf. Oh, Gott. Oh, Gott, ich hab den Genki-Kopf. Oh, Gott, ich hab den Genki-Kopf. Oh, Gott, ich hab den Genki-Kopf. Für unsere japanischen Freunde, die wir nicht haben, aber chinesischen, äh, ne, wir wissen. Okay. Ja. Ja, alles klar. Menschen, 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 Menschen. So, Menschen. Aber einen. Ja, ich auch. Doch nicht. So, mein Auto. Smashing-Performance by the Contestant so far. Smashing? I don't think I've heard you use it. Smash! Weiter geht's. Was stand da? Slender or Die? Oh, hello there. Oh, Spend. Irgendwas. Ach, was ist das? Sperm. Sperm or Die. Sperm. Wie Sperma. Yes, sir. Wer kennt, wer kennt nicht das, liebe Sperma? Oh, scheiße. Alter. Hm. Kümmerst du dich auch gerade um den Menschen, ne? Ne, was machst du gerade? Ne, um das Auto. Auto hab ich eins? Ah, scheiße. Ah, ich auch. Menschen hab ich. Ich hab auch Menschen. Da, Genki-Kopf. Da ist der. Wurde ich das? Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab auch einen. Oh, oh, oh. Okay, weiter. Das war aber cool. Gerade, weil wir beide sehr gut zusammengearbeitet haben. Weil ich ein Genki-Kopf? Ich hab auch ein Genki-Kopf. Oh, scheiße. Voll auf dem falschen Wort. Auto? Hab auch Auto? Okay. Menschen hinter dir? Da, wo ist der Genki-Kopf? Ach, da. So. Hast du den Genki-Kopf? Hab ihn. Alles klar, weiter. Oh, wir sind bei Silber. Auto? Ich mach Genki. Ich mach nochmal Genki. Ich hab den Menschen. Genki ist fertig. Noch ein Auto. Da. Da. Okay, Menschen. Auto. Ja, Silber ist ganz... Na, na. Mal gucken. Hätten wir zweimal nicht verkackt, dann... ...hätten wir vielleicht auch geschafft. Du dreckige. Good night, everybody. Good fight. Oh, yeah. Professor Genki ist mein... ...over murder. Ach, komm. Schade. Ja. Er hätte eigentlich drin sein müssen. Ja, hätten wir zweimal nicht verkackt. Mussten ja auch zweimal suchen. Da war irgendwie keine... Ja, ja. Leute. Aber okay. Das kostet alles wertvolle Zeit. So, lieber. Wertvolle. Wir haben jetzt noch fünf Minuten. Soviel zum Thema wertvolle Zeit. Was machen wir? Fünf Minuten, was machen wir? Was machen wir? Lad den Virus hoch. So. Ich soll irgendwo den Virus hochladen. Ich muss es nicht bekommen. Ich muss es nicht genug machen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, muss ich zugeben. Sie hat... Fehleinschätzung, ne? Total, total. Oh, oh. Dam, 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 dam. Ich f*** euch in den Arsch. Ihr seid dumme... W-w-w-w-w-wichser. Ich kann nicht so gut... Ich hab die Dubstep gar nicht. Ich hab die Sniper. Oh, ich muss aufwechseln. Wir können ja jetzt Buffs, ne? Ja, ich buffe gerade. Hat der gehört zu mir. Er gehört zu mir, wie mein Name. Weißt du überhaupt, wer das gesungen hat? Sag's mir. Weißt du es? Ich weiß es. Marianne Rosenberg. Ja. Sowas muss man ja auch wissen. Seid froh, dass ich dir scann. Deswegen soll ich über was froh sein? Halt's Maul. Ne, über was soll ich froh sein? Ich hab's wirklich... Was soll ich denn kennen, ey? Warum soll ich da froh sein? Ja, sei doch froh. Das ist... Atemlos durch die Nacht. Oh, ne, Mann. Dieses Anti-Asthma-Lied, Alter. Warum Anti-Asthma? Wo bist du denn da? Atemlos durch die Nacht. Asthma-Spray verlegt. Ich feiere diese Helene wahrscheinlich so sehr. Ich feiere die ganz dolle. Weißt du, das ist für mein Alter genauso. Mainstream. Ja, ja, Mainstream. Nee, nein, überhaupt nicht mehr. Weil, die Jugend hört das auch? Das ist mein Spiel. Was? Die Jugend hört doch keine Helene. Natürlich. Ja, au. Ich schwöre, ist ja. Das ist ein golliger Schnatz. Die golliger Schnatz. Sie wollen nur so Schnaps. Sie klauen nur so Schnaps. Hab ihn. Du hast den Schnatz geklaut. Vendetta Potter. Oh, guck mal, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch mit Kinsey auf dem Schiff reden. Okay, wir müssen den Kitzler auf dem Schiff besorgen. Was? Niemand weiß, was ich gesagt habe. Kitzler? Kinsey. Ist ja dasselbe eigentlich, aber... Kinsey, die kitzelt halt gerne. Aber so weit von. Ich kann das Gebäude nicht hochgehen. Oh, yeah. Durch den Zell. Wow, mir ist so übel. Sie muss so verlassen. Also, was ist das denn? Was ist das denn? Also, sie muss schon. Sie muss schon betreten. Triff dich. Triff dich mit Kitzler. Okay, Kitzler. I'm coming. Oh. Oh, schau'n die. Oh. Geht aber auch, Mapps, dann nicht. Jetzt krieg ich noch einen Schluck auf. Einen Schluck auf? Ja, heck auf. Hey, ich bin der Jörn. Jörn, ich krieg einen Schluck auf. Oh, ich... Ich find den Namen mir komisch, ne? Jörn. Ja. Oh nein, ich hab einen Flir... Ja, ich seh's. Na, mir läuft schon. Was sie sagt. Ja, ich seh's. Während sie mich durchnagelt, kam dieses mit dem Gateway. Verstehst du? Ne, das Tor. Ja, das Tor in eine andere Welt hast du da. Ja, witzig, witzig. Dann geh ich's ja auch nochmal knallen kurz. Hey, Kinsey, you wanna fuck? You wanna fuck? Kinsey ist schon... Sie ist aber rothaarig. Hast du jetzt auch nochmal mit ihr gesprochen? Jetzt kam nämlich nochmal die Meldung. Ja, ja. Sie ist aber rothaarig. Eigentlich hat sie ja keine Seele. Und Aufstieg! Oh, ich auch. Gucken, was hier noch geht. Und dann, würde ich sagen, beenden wir den Part. Machen wir dann, ne? So geil, ganz dreist. Gucken wir uns nochmal die Upgrades an, was wir hier so... Ja. Ja. Machen wir. Machen wir. So, ne? Ja, 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 ja. Okay. Ja, vielleicht, wenn man das so sieht. Wenn man das so sieht, wenn man das... Ich würd's nicht so sagen, aber ist okay, ja. Aber Gateway und dann Feuer, Kampf, Kampf, Kampf. Ich hab' ich gemacht, Kampf, Kampfgewehr, was ist denn das? Oh, Kampf in P, kannst du mehr? Kann ich was? Kann ich was? Kampf, was ist das hier? Kampf, Stigulator, okay. Wann haben wir das dann nicht freigeschaltet? Erzeugtete Gründe. Jetzt wird ich ja empführe optional, okay. Dann müssen wir noch optionale Mission machen, um das vorzesteiten. Dann müssen wir aber erst mal die Kräfte gucken. Was hab' ich denn hier? Supersprint, was kann ich denn hier machen? Hä, aber da muss ich erst mal Supersprung gucken, was kann ich denn hier machen? Oh, nee, das ist... Hä, warte mal, hab ich das denn noch nicht freigeschalten? Wir brauchen keine Energie mehr, das ist ja auch cool. Das ist ja komisch, Blast. Bei Blast gibt's ja immer was an. Explosive Tode, das ist ja echt interessant. Oh, ich kann's mir nicht mehr leisten. Wir müssen bald mal wieder, ähm, Dinge einsammeln, weil der Alex, der bekommt das auch nicht hin. Aber das ist einfach so schlecht, der ist so schlecht, der Alex, aber man weiß das auch nicht, ja. Ja, aber wenn man... Ja, aufladen, ich kann mir nichts leisten, oh doch. Okay, wir brauchen Datensammlung, unbedingt Datensammlung, unbedingt Datensammlung. Jetzt hab' ich noch eine Datensammlung, ich glaub' man verliert Datensammlung, wenn man stirbt, kann das sein? Ich glaub' das kann sein, aber ich weiß es nicht. Mir fehlen Datensammlungen, unbedingt fehlen mir hier Datensammlungen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn man stirbt, dann verliert man Datensammlung, ich hab' keine Ahnung, das kann sein, ne? Ja, Bonus, ohne, überweisungsstündliche von, ja, okay, nee, mach' ich doch nicht. Ähm, Gegenstände zum Anpass... was? Er ist so peinlich. Hahaha. So, jetzt. Du hast dich... Du Wichser. Niemals. Oh, ich kann hier gar nichts machen, an deinem Körper. Ich will mich gerade auslassen an deinem Körper. Hey. Ja. Du, kommst du öfters hierher? Huh? Süße? Huh? Nein, ich komm' nicht so oft hierher. Ja. Komm, bück dich, es tut auch nur einen Moment lang weh. Verpiss dich! Nein, nein, lass mich ran. Verpiss dich, du Sau! Lass mich ran. Du hast Brüste, die erinnern mich an meine Mutter. Geh nicht. Oh, ich muss... Bleib bei mir. Warte, das können wir ausrambolen in der Simulation. Ja. Okay, komm. Okay. Nein, nein, dürfen wir nicht. Wir sind schon bei 32 Minuten. Aber ich will trotzdem in die Simulation und das speichern. Ich will nicht auf dem Schiff speichern. Wir wollten den Leuten nur 20 Minuten eigentlich schenken. Ist dir das bewusst? Ja, aber, weißt du, sie gucken so ungern unsere Parts, dass wir sie einfach damit... Ne? Du weißt schon. Wir sollten sie damit quälen, dass... Wenn Leute... Ja, genau. Wenn Leute was hassen, dann... Dann mehr davon. Immer mehr. Immer reindrücken. Und guck mal, ich hab ne Eiswaffel. Oh, warte. Aua, man. Aua! Ich wollte mal ne Eiswaffel zeigen, du mieser Wichser. Komm, hör! Jetzt hast du das Feuer in mir erwacht! Drache, erwache! Brennt das Feuer in dir! Oder auch in mir! Das ist der Pimmelfight! Mit den Lutschi-Vendetta! Und Blowjob schließt mich! Und gemeinsam feiten sie! Und gemeinsam löschen sie! Am Schwanz! An mehreren! Okay, du willst den Kampf der Giganten! Was tust du? Du kannst den Kampf der Giganten haben! Blowjob schließt mich! Was soll das? Und hiermit beende ich den Part von Saints Row den vierten! Wie es im nächsten Part weitergeht! Seht ihr, wenn das Auto explodiert! Seht ihr, wenn das Auto explodiert! Schaut euch auf! Über mehrere Jahre! Das wollt ihr nicht wissen! Eure Eltern haben nämlich Sex! Cliffhanger! Ciao, ciao! Ob eure Eltern Sex haben oder nicht! Das seht ihr im nächsten Part von Saints Row den vierten! Bis dann! Ciao! Wenn dann sowieso nur mit uns!